Durch diesen gemeinsamen Traum, da waren sie nicht mehr nur Publikum, sondern gehörten mit dazu. Die große Mann im Eistournee, die größte Show der Welt. Untertitelung des ZDF, 2020 November, 218 von Christus, Wetterbericht. Es ist mäßig kalt. Steinschlag, Schluchten, Hindernisse. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020